Willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale heute mal im neuen Modus und ja ich hoffe die Runde gefällt euch war eigentlich relativ spannend und ja viel Spaß das ist Pink oder was Bruder vielleicht ja gut Pubertät bei jedem anders Stimmbuch auch da würde aber auch Zeit bei dir bei Oss äh bei NO wurde glaube ich gebaut wer schießt da wieder Alter hier sind gar keine Leute oder? ja da oben wurde gebaut bei 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 NO siehst du da oben das? glaube ich ja ich geh da trotzdem hin äh kennt ihr den Song von Danergy? äh ne scheiße ich kenne den nicht will ich auch gar nicht kennen wenn ich ehrlich bin scheiße nein nicht runterschießen nicht runterschießen da oben hat einer da gerade da unten oben das abgeschossen fast broke oh nein ich höre auf das Launchpad drauf ach so reparier das Luis reparier das ach ja schnell bevor es ab ja dann nein ich bin gerade eben an der Saison verreckt kommt ihr hoch ich warte dann einfach auf euch ich launch ihn mal in die Saison das wäre vielleicht mal gut ja aber jetzt sind auch schon aber Alter ohne Schatten ey ich hab so viele FBS ist unfassbar naja ja ich weiß ist richtig lecker ich mag ihn ja Leute um es sei ja also ob ich ihn nicht getroffen habe habe ihn ausgenockt von der Entfernung ja moin wo? er geht hast du die an gesehen? ja wo ist er? er ist tot alter wie viele Loot Drops alter leckt das bei euch auch ein bisschen äh äh alter guckt euch mal an wie viele Loot Drops der gerade drauf fallen fuck aber ist nicht mal festgeschossen wir müssen an die Front vorrücken alleine in der Front boys ab in die eiserne Front boys oh hab ich dich zerstört erstmal ab zu euch ab in die Front da hat einer die neue hier er ist da der S.O.52 der S.O.52 der S.O.52 der S.O.52 der S.O.52 fuck da komm ja warum ist jetzt nichts connected? frage ich mich man halt die Lehn da frag man sich nachher natürlich immer woran die Lehn hat ich sag immer woran die Lehn hat weiß ich immer woran die Lehn äh na gut sag mal so ja ich hab eine Hilfe gemacht ich hab drei oder eins ich komm immer mehr mit dem Jumping wheel wotdaf wer hat da nen Hund oh rpg äh nein fuck nein baubusch 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 ja wiederbeleben bitte wieder blieben danke kaiser ich bin tot ich bin tot ich bin tot was ist ja los kann mir helfen ich war dass ich war das alles gut man wieder nicht hab ihn habe ich mache ich mache es wird jetzt kleinste zone und leute die ante oder was keine ahnung hat einer lebt doch ich glaube so fast oh ich hatte Sous-titrage ST' 501 Oh mein Gott, wir haben ja. Und damit verabschiede ich mich von dieser Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war einfach eine Aufnahme. Ja, alles gut. Es wird bald kommen. Grüße geht raus an die Hintergrundgeräusche. Und ja, schaut bei Pink oder was vorbei und lasst ein Like da und ein Abo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.